In dem Gesetz soll stehen, in Deutschland darf generell frühestens mit 18 Jahren geheiratet werden. Da soll es keine Ausnahmen mehr geben. Aber was passiert mit den Ehen Jüngerer, die schon geschlossen wurden? Da soll im Gesetz stehen, alle Ehen von Personen unter 16 Jahren gelten in Zukunft in Deutschland nicht mehr und werden für ungültig erklärt. Auch wenn im Ausland geheiratet wurde. Bei denen, die im Alter zwischen 16 und 18 Jahren geheiratet haben, soll es in ganz besonderen Fällen Ausnahmen geben. Beispiel. Eine Frau, die mit 17 Jahren im Ausland geheiratet, Kinder bekommen hat und schon viele Jahre eine glückliche Ehe geführt hat und dann nach Deutschland kommt, da wird die Heirat anerkannt. Wichtig bei einer Ausnahme soll immer sein, dass es den Betroffenen gut geht. Also, in Deutschland darf in Zukunft frühestens mit 18 geheiratet werden. Auch im Ausland geschlossene Ehen von unter 16-Jährigen sollen in Deutschland nicht mehr gelten. Bei 16- bis 18-Jährigen kann es da in ganz besonderen Fällen Ausnahmen geben. . Untertitelung. BR 2018